Nun aber endlich. Wegfall der Hinzuverdienstgrenze ab dem 01.01.2023. Gesetz ist im Bundesanzeiger-Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbeschritt24.de. Ist das Gesetz zur Aufhebung der Hinzuverdienstgrenze endlich veröffentlicht, kann es 2023 losgehen. Ich brauche Rechtssicherheit, ich finde nichts dazu im Internet. So die Mail, die ich kurz vor Jahresschluss 2023 erhalten habe. Ja, meine Damen und Herren, am 28.12.2022 wurde im Bundesanzeiger, und zwar genau im Bundesgesetzblatt Teil 1 2022, Nummer 56, das 8. Gesetz zur Änderung des 4. Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, das sogenannte 8. SGB-IV-Änderungsgesetz, veröffentlicht. In diesem Gesetz ist auch die Abschaffung der Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten ab dem 01.01.2023 geregelt. Der Wegfall der Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten tritt also am 01.01.2023 in Kraft, so sagt es Artikel 34 dieses Änderungsgesetzes. Der Bundespräsident hat am 20.12.2022 das Gesetz unterzeichnet und der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt zugeleitet, also über den Bundesanzeiger. Mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 28.12.2022 ist dieses Gesetz formell als Bundesrecht wirksam. Es ist geschafft und es besteht auch keinerlei Zweifel, dass die Rentenversicherung die neuen Regelungen des § 34 SGB VI ab dem 01.01.2023 bei vorgezogenen Altersrenten anwenden wird. Jetzt nochmal für alle zum 01.01.2023 gibt es keine Anrechnung von Hinzuverdienst bei vorgezogenen Altersrenten mehr. Das ist Geschichte. Ich wünsche alles Gute für 2023 und viel Spaß beim Rentenantrag für Ihre vorgezogene Altersrente. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel